Herzlich willkommen! Mein Name ist Tanja Karlin. Ich freue mich, dass du dich mit uns zum Certified Digital Marketing Manager weiterbilden willst. Ziel dieser Weiterbildung ist es, dass du einen umfassenden Einblick in die Welt des digitalen Marketing erhältst. Das wird eine spannende Reise, so viel ist sicher. Und sie ist extrem vielfältig. Dein Fokus liegt absolut auf der Zielgruppe, denn du machst was mit Menschen. Du weißt, wie man Marken so platziert, dass sie Menschen anziehen, dass sie gefunden werden und dass sich zwischen Kunde und Produkt eine echte Beziehung aufbaut. Gepaart mit deinem kreativen, neugierigen oder analytischen Blick, auf jeden Fall aber mit deinem Fachwissen, machst du aus einfachen Marken echte Love Brands. Auf dem Weg dorthin wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg!